so was ist das doch naja aber guck mal guck mal da oben naja du bist da mann guck da oben ja guck cool wo sind die hier doch was wo zweifel sogar wir sind definitiv auf der mission nach plastik allzu viel klima brauchen wir jetzt auch wieder nicht ne ja aber du verballerst unser ganzes holz ja merkst es ja den haken spielt ein was den haken der kippt irgendwo dahinten im wasser ja ich hab den hier in der hand ja ja aber ok jetzt ist er weg jo weird man das sind halt 64 tage da kann man schon mal halus haben nicht wahr dodo dodo retter hat jetzt wieder den kopf oben sehr schön hat doch schon wieder eier gelegt die hat doch auch so ein eier am schädel sehr schön die möwe meine schwelle lenkt uns einfach ab damit sie gegenseitig reden können na ja so was will ich mir jetzt eigentlich ach ja unter anderem diese verbrechen hier bekämpfen so so geil ich so so und das da kommt eine kleine insel also wir sind dran liegen lassen wichtig ist zu tun sehr schön 8 millionen in dem fass weißt du ein plastik so was ich jetzt mal kurz wegschmeißen werde das da das da das da und das da das ist alles rezepte haben wir einen einfachen fischeintopf schon was sie jetzt wieder aufgesammelt oder was ich habe immer noch einen im inventar seit letzter session ein was ein einfacher fischeintopf ja ja parma schon dann habe ich mir jetzt gut weggeschmissen gut gut weggeschmissen so ich habe das gefühl je mehr zeug wir hier haben desto mehr leute brauchen wir langsam um das alles zu händeln wir müssen wieder besonders personal angewandt wird und nicht bloß scheiße wobei wo so unterschied ja da liegt auch ein bisschen rein auf dem grönen gut fängig nicht weil es erstmal egal scheiß koordination hat jetzt Ja. Hmm... Schnauze! Oh! Wo ist die denn schon wieder? Habt sie verscheucht! Okay. Wir haben fast 5 Stacks an Schrott. Hm... Okay, das funktioniert scheinbar nicht so shit. Da wollte ich so schönes auch mal so eine Plattform probieren. Hm... Ich will das ganze Fluss ein bisschen organisierter bauen. Und unterteilen. Das war quasi hier unsere Baumfarm. Das wir sagen... Hat eine extra Etage. Joa... Könnte man machen. So... Da verbrechen wir dann erstmal... Vermutlich eine richtige Basis. Also... Sprich... Das Fluss muss noch breiter und länger werden. Hahaha... Da freu ich mich. So... Dammit. So... Zack... Ah... Ist grad der Vogel runtergefallen. Also hier nicht. Doch, da liegt er. Vorm Tiergehege. Oh! Wenn's ein Loch gibt, ne? Jetzt bist du dran. Ui... Ja... Ich bin heute schon zum dritten oder vierten Mal hier reingefallen. Ah, siehst mal, wie's mir letztes Mal ging. Ah... Fucking Wayne! Kein Anstatter, Junge. So... Vogel aufnehmen. Zwei Federn. Zwei Federn. Vier Federn. Fleisch. Und Fleisch. Fleisch ging sofort grillen. So tue er das. Oh... Und auf dem anderen Winkel fehlen noch Planken. Der ist noch nicht fertig. Oh... Weißt du schon wie... Von wo? Von wo? Von wo? Ah, von dahinten. Die hab ich gerade hingelegt, du! Kackbratze! So... Dein Haken hat ja nicht. Das hat sich grad schon wieder selbstständig gemacht. Ja, deine Ansicht, ne? Ja, ja, meine Ansicht, die es nicht gibt. Und auch nie geben wird. Richtig. Because! Bei Festplattengründe. Ja. Bei dir ist alles überlastet. Das sind andere Projekte. Ja. Ich hab bloß noch 180 Gigabyte. Die brauche ich. So meine Rindermethode wieder am Arsch ist. Ja, das ist... Ja, das ist so scheiße. Was was Minecraft angeht. Ich hab's zwar bei Borderlands auch gecheckt, aber da ist nichts aufgefallen. Hm. Merch würdigerweise. So. Schrott, Planken, Stein. So. Ist auch merkwürdig. Wir schippern in die Richtung, aber irgendwie segeln wir seitwärts. Sekunde. Ne, ne, ist schon richtig. Wir müssen nicht korrigieren, aber... Das Zeug kommt ja halt von... Backbord. So, ähm... Wie sieht's jetzt aus? Hä? So. Wir müssen gucken, wie der Wimpel steht. Der Wimpel zeigt... Ne, ich würde ja gerne, dass wir gerade ausfahren. Weißer, dass unsere Vorderseite wirklich vorne ist. Ich weiß, das trickert mich. Okay, jetzt fahren wir rückwärts. Ne, doch. Warte, warte mal. Ah, Wimpel. Zeig dir. Also die... 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 Die Insel führt immer noch... Backbord. So. Na, 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 na. Noch ein Stück. Darum drehst du jetzt... Oder war es jetzt die falsche Richtung gewesen? Warum hast du diese... Dieses, äh... Segel jetzt verkehrt rumgedreht? Entgegengesetzt zum Wimpel. Entgegengesetzt? Ja, da wo der Wimpel hinzeigt, ist die Richtung. Ah, verdammt. Sorry, ich spreche nicht Wind. So, das ist... Da zeigt der Wimpel lang. Da habe ich jetzt auch die Segel nach ausgerichtet. Ah, ja, ja. Also fahren wir so leicht rückwärts seitlich. So jetzt... Da, das triggert mich! So, erstmal... Ich habe das Fass aus dem Fluss geholt. Huh! Sind gerade die Wellen... Gezoomt. Das ist gezoomt? Bei mir haben gerade die Wellen so... So mächtig Frames geskippt. Als hätten sie vorgespult. Okay. Ich schwöre, ich habe nichts genommen. Gesundheit. Nee, ich habe noch versucht wieder... Die Möbel vorzuregen. Das ist ein Schlachtruf, ja? So... So, her damit. So... So... Und zack. Hä? Geht's doof? Oh nein. Ich kann dir ein Soft-Maybe geben. Okay, das da brauche ich, das da brauche ich, das da brauche ich, und... Was, was, was? Oh, zwei Fässer sogar. Das da wieder ein, das da wieder ein. Das da wieder ein. Scheiße, ob... Scheiß mir jetzt noch, ob Wayne kommt. Das fass hole ich mir. So. Ha, da fehlt du Nub! So. Der kam direkt auf mich zu und der hat verfehlt. Und ich habe mal was gemacht. Ups. Hm. So. Da hinten ist wieder ein kleines einsames Floß. Aber da kommen wir nicht dran vorbei. Hm. So, was sagt der Wimpel? Wimpel, oh. Ja, genau. Die Farmkiste ist voll? Schon lange. Na ja. So, dann packst du euch da oben hin. Uh, schöne Fässer. fast 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 kommen sie ran erfasst ich habe die merkwürdigsten glitches glaubst du gar nicht glaube ich dir schon weil ich sonst derjenige bin der sowas hat der kalte in zucht naja wie war es glaube ich immer was den staffel 1 fliegende katzen doch doch bitte sagen sie mir dass alles mit mir in ordnung ist das ist kein doch da ist kein doch ich weiß dass kein doch ich weiß nicht wovon sie reden ich habe es bloß ich bin ja es ankommen damit ich versenken können die überrennen ich jetzt das ist doch so gut wie wir dahin steuern Wien das war auch nö doch dahinten nur Arschloch komm ran da wird doch die Schnauze voll oh cool wir schwimmen nicht mal durch den Fluss durch da muss ich wohl doch versinken oh komm bin ich wieder auf dem Fluss schon versinkt das ey ich bin einfach zu fett das wäre so der erste gewesen ja aber ich habe das Maximalgewicht verschritten ich bin zu fett für diese Welt diese Überschwemmung ist auch alle meine Schuld ich war einmal badend gewesen und naja Verdrängung und alles wird Zeit dass wir wieder ein paar Fische sammeln stimmt angeln wollte ich eigentlich auch hab ich mir eigentlich vorgenommen in der Kiste ist der Angel habe ich schon für dich gebaut ja liebe Leute die das hier was zurück ist man nach der Kiste die du meinst die Plastikkisten die da hier beim beim ja da dabei ah rieb Wladimir und Hu Hu äh Herbert so wahrscheinlich sagen würde ich ja liebe Leute das wird eine reine Farmaufnahme also es passiert nicht wirklich viel so wie letztes mal genau und genau ja wir müssen erstmal ein Materialien herankommen wir wollten die Story bieten aber doch ich wollte nicht ne buntarsch ein buntarsch geil noch ein buntarsch ach Gott ich zeigte sie verscheucht oder die Möfe hat sich verpisst ist das dein Kampfschrei bäh oh äh wir müssten auch mal scheiße die Makrele ist mir abgehauen so ja die schwimmt jetzt irgendwie durchs scheiße was hast du verloren? deine Makrele? ja die Makrele die ich eigentlich gerade geangelt habe achso der Inventar ist schon wieder voll mhm wie schaffst du das jedes mal? natural talent? hä das ist bist du das reizt am Messy ich warte jetzt hier hinten drauf dass die wieder zum Vorschein kommt mhm so so ein Paket weißt du ja 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 ah ne du 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 Bis zum nächsten Mal.